Musik 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 Hallo, Gude, und was mit bei euch? Wir sind unterwegs hier in Nassau und wir wollen euch hier mal ein paar schöne Ecke zeigen Nassau liegt an der Laden also ihr könnt auch schön Boot fahren Wir zeigen euch hier mal ein paar schöne Ecke, gell Björn? Jo Mutuelle Musik Musik Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, jetzt war ein schönes Funden, Björn hat er das entdeckt hier, schön hier am Baden-Übergang, aber ja, sehr geil, guck dich das mal, absolut geil, Björn hat das Gutes entdeckt hier, kann man sich auf jeden Fall hinsetzen, sehr sauber gemacht das Essen, doch finde ich sehr geil, so jetzt lassen wir das nicht schmecken, Jungen ab, Björn, danke. So, jetzt sind wir gerade fertig mit dem Essen, es fängt gerade an zu regnen, wie ich sage, ich hab mir auch mal ab hier, Mann, aber das war aber knapp, gerade Teller los, den Teller lassen wir jetzt mal waschen, naja, es lohnt sich ja doch nicht mehr viel zu filmen, naja, leider, jetzt machen wir uns gleich ein, gucke, was wir noch sehen, aber viel ist nicht wie jetzt hier zu machen, leider. So, Björn, und wie war's, der kleine Ausflug? Super, also der Imbiss, der war super, super freundlich, super geil, also richtig professionell und super hat das geschmeckt. Kann man nur weiter empfehlen. Ja, das stimmt, äh, das ist jetzt schön am Regnen und dann kann man auch nämlich gut filmen, wir lassen das jetzt mal sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir sagen hier tschüss aus Nassau an der Lahn, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr euch gefällt, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und derjenige hier Werbung, äh, der hier Urlaub macht, der kann bei dem Imbiss gerne vorbei gehen. Der kann bei dem Imbiss gerne vorbei gehen. Tut mich gerne empfehlen, ja. So, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ihre Frage kommt vom Björn, von mir. Tschau. Tschieu. Bis zum nächsten Mal.